hallo und herzlich willkommen bei der mutiger neue folge mit dem mutiger mit mir mit protos gegen terraner auf schienmeerwerke le so werden zurzeit der glückssträhne ich weiß auch nicht warum oder sagen wir siegessträhne und ja sind letzten letztens auf die a2 aufgestiegen was mich sehr freut es ist natürlich die a1 aber erstmals die a2 halten und ich bin natürlich immer noch keinen richtigen bild ich habe mir noch keinen raus für einfach erstmal so wieder komplettes feeling für das game zu haben bevor ich dann ja wirklich richtig gute bilds angucke und die ich vielleicht noch mitteile diesmal wirklich das war mein ziel vergessen zu holen wussten so wir spielen gegen terraner ja gucken was er macht uns schießt nicht dann wenn wir jetzt mal mehr und schießt der warne gehabt das ist nicht mehr das müssen spät genau extra noch nicht standard stimmt auch mal ein gas so weniger wie wir jetzt die echse gehen wieder weg bauen jetzt ein 20er maxus das ist ein 21 zu viel gewesen egal wbf bauen hier unsere pilone aufgehen wir zurück mit der sonde in die base diese natürlich gas haben wir uns gas sind wieder komplett gut saturiert bauen auf jeden fall gleich das geld der will nicht von adepten kronobus in diesen adepten brauchen wir unbedingt vorne weil ihr könnt ihr in uns kommen wir wissen die dinge bauen eine robo rippo 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 kein reaper 11 jetzt voll im fahrrad nehmen und stalker voll spaß und nicht so wir haben gesehen am nächste gesehen da kommt erstmal wahrscheinlich kein scheiß bauen sobald unsere fabrik ist erstmal diese dinge beobachter müssen jetzt auch gleich zwei gates setzen genau jetzt das ist hier aber nicht vielleicht schon mal gemacht und müssen diese bauen weiter stalker sollten langsam aber sicher auch mal vorne eine verteidigung die stellen weiß ich immer noch nicht das hier mit dem raul da push los in kack kommt so observer stellen wir einen direkt für die base vom gegner auf jeden fall das twilight council bauen weiter stalker und jetzt kommt erstmal ein sentry noch nichts überlatschen sehen das ist eigentlich alles solide und jetzt hier die ganze zeit ich brauche keine bild oder es ist vom prinzipie doch eine bild oder aber es hätte ich eher bauen müssen egal so gucken wir mal kurz rein marauder 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 es wird wohl ein marauder push ist schon das upgrade für die sterblichen dann kann man erfüllen unser gas so gesehen hat er nichts also stellen wir jetzt kolosse teil die mehr stalker und wenig gas ich bin hier ich bin schaffend 1 2 stalker in die hütte ab wo wir hier noch ein geld hin und noch hat er keine Noch hat er keine Midi-Vex, also... Wir müssen zusätzliche Pylonen bauen. Wir brauchen uns langsam mal die dritte. Wir brauchen die sichere dritte. Ihr habt Licht... Pylonenproblem. Ihr habt Licht genügend Mineralien. So, und jetzt brauchen wir Bersen. Dazu, er wollte halt immer Marines, mehr Marines, also... Weiß nicht, ob ich dann vielleicht doch mal einen Push einsetze. Ich hab noch keine Panzer gesehen. Wird doch mal eins, haben wir gesehen. Ja, würdest du es benutzen? Wär ein bisschen blöd. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Truppen, weil das ist ganz schön hart, was da kommen könnte. Ah, ne, er nimmt erst eine dritte. Das ist gut. Jetzt erst. Das ist halt so eine Sache. Okay. Okay. Oh, hier war Kulossa. Die muss ich hier aber noch nicht zeigen. Wir haben angegriffen. Wir haben angegriffen. Also viel hat er nicht. Vorne. Wir haben ja noch ein paar Mineralien. Mein Leben für Arjord. Wir haben nicht genügend Mineralien. Wir haben nicht genügend Mineralien. Tore. 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 So, jetzt brauchen wir dann noch Upgrades. Hier ist zusätzliche Pylonen. Ob er nun kommt, weiß ich nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Storm langsam. Wir machen noch ein bisschen Spaß dazu. Ich bin hier, in der Schaden. Ja, nicht, meine Före sind und werden angekündigt. Da kommt er. Ich bin hier, in der Schaden. Ich würde sagen, wir gehen einfach drauf. So viel hat er nicht gehabt. Auf jeden Fall einen Rock. Ich bin hier, in der Schaden. Ich bin hier, in der Schaden. Ich bin hier, in der Schaden. Natürlich ein bisschen blöd. Sterbliche brauche ich jetzt aber. Nein. Mein Leben für Ayor. Mein Leben für Ayor. So, den brauche ich unbedingt. Äh, ja. Wir sind eins mit den Schaden. Wir sind in seiner Schaden. Läden für Arjua! Geht einfach rein, die Base. GG! Hätten wir noch ein bisschen nachdrücken müssen, ein bisschen Armee. Aber sonst sah es gut aus. Ja gut, aber auch nur dir. Drei, wir sind jetzt dir zwei. So, was war denn sonst so? Meister und Zweigen zwei. Tja, dann würde ich sagen, gewonnen gegen Terraner. Und wir werden dann immer besser. Obwohl, jetzt am Ende hätte ich mal ein bisschen mehr Armee gebaut. Ich hätte meinen Warpress ein bisschen wieder hinpacken sollen, aber egal. Wir werden besser mit der Zeit. Dann würde ich sagen, tschüss tschüss und bis dahin. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Mutti-Bären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt's dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Mutti-Bären. Tschüss tschüss. Tschüss tschüss. Tschüss,